Ich kam auf die Idee, weil ich mein Leben lang mit Hunden aufgewachsen bin, habe selber immer Hunde gehabt. Und mir hat das einfach selbst gefehlt, so ein Service im Leben. Hektischer Alltag, Großstadtleben, die letzten Jahre. Ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass es keinen digitalen Service zum Gassigehen gibt. Ich bestelle ja andere Sachen auf über das Handy. Als Kunde meldet man sich ganz easy über das Handy an. Sobald man registriert ist, gibt man seinen Standort an. Ein Walker kann innerhalb 60 Minuten bei einem vor der Haustür erscheinen. Oder man kann im Voraus buchen, 48 Stunden im Voraus. Sobald der Hund abgeholt ist, kann man alles live mitverfolgen, also super transparent die App. Dann wird der Hund abgegeben, dann sieht man, hat der Hund sein Geschäft erledigt oder nicht. Ist irgendwas passiert, was man wissen muss, also kriegt so eine kleine Übersicht des Spaziergangs. Kann den Walker dann bewerten, zahlt über das Handy durch ein sicheres Zahlungssystem. 40 Minuten kosten 12 Euro, 60, 15 Euro und 90 Minuten 20 Euro. Wir sind rundum versichert, also sowohl die Walkies sind versichert, wir sind versichert und der Hund ist versichert.